Zuschauen und Lernen Denn so schießt man Freistöße, so schießt Yusef Keshtar Freistöße. In der 24. Minute steht es damit 1 zu 0 für den Favoriten. Yusef Keshtar steht schon seit 2010 für die Hürta auf dem Platz, ist also ein echtes Urgestein. Hier beweist er einmal mehr sein Können beim ruhenden Ball. Die Blau-Weißen kombinieren in der 20. Minute zum ersten Mal schnell vor das Tor. Und gehen durch diesen Geniestreich mit 1 zu 0 in Führung. Kevin Sivakuma schießt die verdiente Führung. Bei diesen Bildern ist es schwer zu glauben, dass es erst ein erster Treffer in der Saison ist. Die Erleichterung ist ihm anzusehen. Keine Chance für Torwart Tom Meissner. Der eingewechselte David Bors mit diesem herrlichen Schlenzer überwindet Safed Husic im Tor der TUS, der unmittelbar zuvor für Pauken gekommen war. Der baptistische prophesie clothes Aujourd conviert auf dem Stammfluss im Tor der Hώter von Führung. Wohl vom 산, bis hier gleicht von Führung. Gange für Torwart Tom Meissner. Der O testlich wird es daughtersosos, die das 아빠lich der Borsum in EIP Führung. Und wenn es ein höherال,btistische Soldat, ist dann die Trä Fund in der ersten Mal langsam durch. Das war's für heute. Achte Minute, gute Spielverlagerung der Rot-Weißen von Christian Meinert auf Hendrik Hillen und der packt hier dieses Traumtor aus. Vor zwei Jahren war er selbst noch für die TUS aktiv, konnte sich damals in der Regionalliga aber nicht durchsetzen, kam lediglich auf einen Einsatz. Wow! 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 Jetzt noch mal die Freiste Chance für den SSV Söhn, vielleicht kann daraus noch mal was stehen. Sehr, sehr viele in weiß gekleidete Spieler da vorne im Strafraum, hoher Ball und er ist gefährlich und er ist treibend, Kolossu, was ein Tor! Da haben wir eben noch davon gesprochen, bisher hatten wir noch kein Traumtor, da ist das Traumtor. Unglaublich, unglaublich, Kevin, ich habe lange nicht mehr so ein schönes Tor gesehen. Also da muss ich sagen, solche Tore passieren normalerweise nur bei der zweiten. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt? Dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. Tschüss.